Was hier in dem Gebiet ist noch und dann schauen wir mal was denn passiert. Gehst du gerade wieder aus dem Schloss nach Hause oder? Ja. Ja. Mann, bleibst du stehen, du? Gibt's doch gar nicht hier. Was? Noch einer? Boah, die waren mit ihrer scheiß verkackten Granaten. Sonst haben wir halt auch gerade geile Haupteinsätze mehr, ne? Ne. Nur den hier, obwohl hier ist noch ein True Suns Haupteinsatz. Ja, stimmt. Besserung der Operation. Oh, holy shit. Wo ist der denn? Ach, da oben. Boah, schon wieder die mit dem scheiß MG. Es ist zum Kotzen, es ist zum Pupsen. Ja, ja, Schnauzei. Ja, weil es so ist hier. Verstehst du? Oh, schöne Hose. Wir werden beschossen, aber er guckt erstmal auf seine Hose, ne? Moin. Ich hab noch eine Hose gekriegt, ja. Ja, du wirst beschossen, ich nicht. Ich verstehe, ich verteidige unsere Ehre hier. Unsere Ähre. Unsere Ähre. Doppel Ähre. So, was geht hier ab? Hier läuft irgendwo ein Limmel rum oder lief rum. Hochgeschwindigkeits-Munitionen. Hochgeschwindigkeits-Munitionen. Das Rosenfüttel. Also sollten wir jetzt da hinten den Punkt einnehmen, meinst du? Ja, die nehmen wir jetzt ein und dann schauen wir mal was passiert mit der Siedlung. Mal schauen. Irgendwas muss ja mal passieren, ne? Na ja. Muss nachher irgendwie rankommen. Hier ist auf alle Fälle unten ein Echo. Kontrollpunkt-Schatz verfügbar. Hier ist ein Echo, ja. Hey. Was? Oh, hier haben sie ein Paar umgemietet. Okay. Sarah Wright. Oha. Mal kurz einen Schluck trinken wäre gelessen. Was ist denn jetzt los bei dir? Ach, die Facebook diskutieren schon wieder. Ja, ignori die doch. Digga, ich bin atmen, da muss ich ein bisschen einschreiten. Ne, musst du nicht. Doch. Doch, doch. Kannst ja auch ignorieren. Wo bist du denn drin? Was du auf Facebook so nutzt? Ja, in so ne Bahn steigt die da so schräg rein. Ja, dat isset. Da kannst du auch wahrscheinlich von oben rein, so wie es aussieht. Naja, erstmal nicht. Aber... Doch, da oben ist... Ach, da oben ist der Eingang. Ja, ja, ich sehe schon. Da ist ein riesen Eingang. Ja gut, den meine ich jetzt nicht, wo du jetzt gerade bist. Bist du da nicht rein? Ja, aber da ist noch ein anderer Eingang, wo du kurz zuerst drauf zugegangen bist. Was ist noch? Ne, ich bin jetzt hier drin. Wenn du hier bist. Ja, du stehst doch da, du Lappen. Ja, ich weiß. Wo ist der Eingang? Da hättest du auch von oben reingehen können. Hä, von wo oben? Da oben, beim Baggerluven. Beim Kragen? Da bist du drin gelaufen? Ne. Nein, da hättest du reinlaufen können. Also. Ich hab kein Körnel mehr. Wie fühlst du auch so ein Körnel, Alter? Ich bin auch ein Körnel. Mann, Dullis, Junge. Mann, warte doch mal stehen. Ja, still, oh klar. Soll man aufhören zu schießen dahinten? Was kriegen sie ein hinter den Latz ey? Boah du bleibst stehen du Pfeife. Hallo, hallo. Da oben. Ja moin. Okay ich muss erstmal nachladen. Ich hab so wenig Leben. Ich muss irgendwas an meinem Leben. So den hab ich catchert. Das ist heftig. Ich komm mal zu dir gekraucht. Ich grüße dich. Ich grüße. Brauchst du Hilfe oder? Ja. Ist doch immer der gleiche mit euch. Ich lauf da jetzt einfach rein. Ich mach so richtig ein auf Kamikaze, Alter. Macht keinen Sinn da hinten rumzunümmeln. Ey. Der hat ihn wiederbelebt, die coole Sau. Ja werft doch jetzt die Granate, Alter. Was ist das? Unglaublich. Ey. Warte. Boah der rebt, der belebt die immer wieder alle. Ja und ich wurde auch gerade gekillt. Schon wieder? Nein, nein. Ich war nur verletzen. Jetzt bin ich tot. Kannst du zu mir robben? Nee. Ich bin tot. Okay, also muss ich es alleine managen hier. Kannst du aber zu mir kommen. Naja. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Er kommt. Ja, er kommt. Ja, er kommt. Ich schnauze da rum. So, wo bist du? Ach, da unten. Okay. Okay, ich komme rüber. Ich komme rüber, gejumpt. Dully! Runter! Runter! Alter Schwede. Er macht mich fertig. So. Schnauze da rum. Nein, 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 nein. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte nicht. Lass mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt bin ich über Randale geschoben, Alter. Mehr kann ich nicht machen jetzt. Au, 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 au. Du wirst dich doch fetter machen. Geilige Scheiße. Ja, der Blöde ist aber auch, dass der, 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 der. Oh, da kommt einer runter. Dass der, der Bossgegner, dass der heilen kann. Das ist echt nervig. Oh, shit. Oh nein, nein, nein. Oh, komm, Alter. Schon wieder da drin. Nein, ich will jetzt nicht fertig mit dem anderen. Nee, nee. Ich lebe. Dann geh mal runter, der Gegner. Ich dachte, ich könnte die von hinten so infiltrieren, aber irgendwie lief das. Ja, du weißt, du sollst nicht immer von hinten. Ja, du weißt, du sollst nicht immer von hinten. Das war einfach, dann können sie sich nicht wehren. Ja, sprichst aus Erfahrung, ja. Dann können sie sich nicht wehren. Das war böse. Das war böse. Jo. Das schneiden wir raus. Können wir nicht raus schneiden. Das muss drinnen bleiben. Das muss drinnen bleiben. Das muss drinnen bleiben. Das ist Unterhaltung pur. So, weißt du, ich geh jetzt. Oh nein. Da, der heilt die Affen immer. Es ist echt nervig. Dieser Kackvogel da unten. Was geht denn da schon wieder ab? Das ist noch ein. Oh, Barthor Plays. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Da kamen drei um die Ecke. Ich sag immer, wenn du nicht möchtest, ja, dann sag es doch einfach. Dann sag Olli, ich möchte nicht. Wir wollen nicht spielen. Ja. Dann ist es ja nicht so schlimm. Ich kann es verstehen. Ey. Aber ja. Ja, aber ja nichts zu sagen und einfach nur zu sterben. Das ist uncool. Jetzt lebt mich aber wieder. Mach mal jetzt was. Wenn der jetzt kommt und mich tötet, ja. Ja. Dann zieh mich schon los. Ja, ja. Nicht auf der Seite. Nicht auf der Seite. Nein, nicht auf der Seite habe ich gesagt. Scheiße. Tihi. So raus bin ich mit einem Midi Pack. Wo ist denn der? Hast du es jetzt bald mal. Leg doch wohl Fighter, die E-Granate gegeben. Hab ich doch. Lebst mich jetzt auch wieder? Mann mach ich doch, lass mich doch erstmal die töten alter. Nein, ich bin wichtiger als Dien. Nein, der Feind ist immer wichtiger als sein Kumpel. Was? Du belebst die doch auch oben wahrscheinlich die ganze Zeit wieder. So jetzt habe ich Ruhe. Alter Schwede. Vor allem du belebst mich wieder, indem du einfach auf deinen Arm rumdrückst, ne? Ja ne, das wird so immer gemacht, wusstest du nicht? Das ist Standard. So jetzt noch einmal. Ja, bitte sterb nicht. Ich hole mal die Alliierten. Bitte nicht sterben, okay? Das wäre ganz cool. Oh lol, Kontrollpunkt gesichert. So, sind wir da? Oh nee, jetzt kommt wieder Verstärkung von den Gegnern. Wo denn? Irgendwo. Ach, da unten. Oh je mehr, ne. Jaja. Ein paar haben wir ja. Na klar, ja moin, der Sampfer ist. Der Sampfer ist mal hoch. Nach Anführer. Wo ist er denn? Der feindliche Anführer. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich denke der wurde entdeckt. Äh, lol, der ist ja da oben bei den Gegnern. Was soll das denn? Na, das ist nicht, das ist uncool. Toll, äh, also, äh, unglaublich. Also was heißt, Gegner, das ist bei uns, bei unseren, bei unseren Leuten, die uns eigentlich helfen sollen. Aber was machen die da, was sollt, das geht gar nicht. Ach ne, da unten ist er. Wo denn, hä? Auf der anderen Seite. Ach da. Oh ey, die machen richtig gut Schaden. Muss ich, oh Gott, alter. Meine Rüstung ist schön, der Marsch. Ja. Jawohl, da kommen noch mehr. Ah, das sind jetzt unsere Leute endlich. Da sind sie. So, was ist hier los jetzt? Wo sind die denn? Warte mal, triffst du aber auch mal? Oha. Der haut echt vor uns ab. Jaja, chill mal da. Ja, abgeschlossen. Oh, Belohnung im Theater abholen. Nice. Bist du schon am fighten? Ach du bist ja schon da. Ich bin immer am fighten. Die haben mich einfach stehen hier lassen, die blöde Sau. Warte mal. Hinter dir ist sie na. Ja, ich geh mal kurz hier runter. Weil da unten scheint eine Kiste zu sein. Wie hier unten? Ach so, hier ein Gully oder was? Und? Jaja, hier hinten scheint irgendwo eine Kiste zu sein. Laute Karte. Wo ist denn das Ding? Irgendwann habe ich hier von unten sowas gesehen. Der Standort muss noch ein bisschen nach unten gehen. Ich bin jetzt hier gerade im Untergrund aktiv. Boah, was ist hier los? Guck mal. Gucken wir mal. Hier ist ein Behälter. Das ist ein SHD-Behälter. Einen von vier. Den wollte ich haben. Aber du kommst doch schon nach oben, ja? So kämpfen und so ist so... Willst du den Behälter nicht haben? Nö, wenn da nicht aufregend drin ist, dann nicht. Den brauchen wir. Warum? Für die Projekte. Das sind diese komischen Behälter mit diesen Abzeichner drin. So. Ja, dann komm ich trotzdem mal runter. Kein normales Ding. Ah, okay. Achso. Achso. Das Orange, ne? Diese Marken. Meinst du, ne? Siiii. Si, si. Okay. Dann muss ich doch mal runter. Was war das denn? Wir schmeißen hier Granaten. Ich weiß auch nicht. Was ist so passiert? Oh, guck mal hier. Wieder ein Schlüssel für Outcasts. Wo denn? Hä? Ein Schlüssel? Ja. In der Ecke. Ah, ich kann es wahrscheinlich nicht mehr aufsammeln, oder? Doch, doch. Kann ich. Das ist schön. So wollen wir es haben. So, wo geht denn der Bums jetzt hin? Na, wo geht der Bums? Iiii. 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 Nicht vorzunehmen. Ich dachte. Solar Farm, okay. Gut, dann schauen wir da mal. Solar Farm klingt doch wichtig. Na ja, total wichtig. Klima und so, ne? Das klingt wie Energie und so, und ja, und. Greta. Genau. Ganz wichtig. Jaaans wichtig. Bleibt alles so was ist. Jetzt wird sie hier nichts dran rütteln. Achso, das Maschine, wer schießt denn nicht mehr, wenn er tot ist, ja? Anscheinend, der hat mich gerade auf mich gezielt, irgendwie. Wäre ganz wichtig, ne, falls man, dann bräuchte man ja nur diesen töten, ne, und dann wäre das das sieht auch geil aus hier, wa, mit ganzen Armee, ähm, LKWs und dann hier fetten Helikopterabsturz. Ist das da hinten das Monument? Ja, ne? Weiß ich nicht, wie ist das? Madison, Madison, ne, was ist denn das auf jeden Fall? Auf alle Fälle irgendein Wahrzeichen wahrscheinlich. Das mit Sicherheit. Sitzt da nicht Dings drinne hier, der Abraham Lincoln? Auf so'n Stuhl? Ist das das? Ne. Ach, aber ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine, ne, aber weißt nicht, ob das in Washington sitzt, ne, das Ding. Vermutlich, oder? Ich kenn mich aber ja nicht so aus. Ich muss mal nach Amerika. Ja, ha, gut Zeit, ja. Oh, ah, ist das Dörf? Von True Suns kontiniertes Gebiet, du. So, ihr Pfeifen, jetzt geht's aber los. Ne, ich mach mich raus. Wo sind sie denn? Achso. Da hinten, Solar Farm. Ich mach hier grad schon wieder so irgendwas auf, weil hier ist ne Kiste. Mit ner Waffe, ne Skarr. Ne Skraskra? Ja. Also hier sind ganz viele Kisten. Alles erbeuten. Die ganze Keramik und Polycarbonat und die ganze Technik und weißt du weshalb. Da sind ein paar Gegner. Ja, ich hab schon gesehen. Ein bisschen ist da was los, ja. Müsste man mal. Müssen wir mal ein bisschen. Verstärkung am Arsch, nett. Die kommen ja recht früh heute. Na, ich hab schon gerufen, deswegen. Das ist doch geil. So muss das sein. Oh, hinter mir. Ich hab ihn fest. Wie hinter dir? Oha. Ich weiß gar nicht, wo die alle schießen. Ja, das war ja so klar wieder. Ja, moin. Bist du tot? Nee. Ich glaub, ich hab einfach bei dem Verbündeten auf. Das geht besser. Also wenn wir zusammenhalten, dann könnte das gleich was werden. Ja, ja. Alles klar. So Männer, Marsch, Marsch. Ich hol meine Drohne und los geht's. Jetzt wird aber richtig rasiert. Der trifft aber auch nicht. Achso, zu weit hinten. Und chillt da oben, ja. So. Moin. Good boys. Wieso? Einführer entdeckt. Ja. Okay. Ah, da hinten ist jemand. Okay, da oben ist auch jemand. Okay, der spawnt direkt vor uns. Die ganzen anderen. Ja, seh ich schon, ja. Der zielt auf mich, der Affe. Deine Rüstung ist im Arsch. Und seine... Und seine... Ja, er ist gut. Ich bin halt so mittendrin von denen. Ja. Da oben ist irgendeine epische Waffe, glaub ich. Schau mal kurz. So eine Kiste. So. Verteidigen, okay. Okay. Ich geh dann einfach mal... Hier an das... Hier wer ran, ne? Und interagier mal ein bisschen. Ja. Genau. Genau, so muss es laufen. War's das? Nee, die sind hinter uns. Bei mir waren nur zwei Stück. Das ist doch gemein. Ich dachte, ich könnte hier noch mehr abballern. Schade. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Hey. Der hat das Ding kaputt gemacht. Ihhh. Das sieht ja mega eklig aus. Der hat auf mich mit diesem komischen Metallzeug geschossen. Äh, Metallzeug. Mit diesem komischen... Mit dem Glibberzeug, ne? Oder was das da ist, ne? Jaja. 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 So, hier. Explosion und so. So. Naja. Neutralisiert. Was ist das? Jo. So, eingenommen. So. Hat er was? Können wir ihm irgendwas Gutes tun? Hallo? So. Nein. Ich kann mit dem nicht reden. Ich möchte mit dem reden. Ah, jetzt geht das. Aber wir können ja... Du kannst ja ne Granate schmeißen und ich schmeiß den... Erstmal haben sie uns ja noch nicht gesehen. Ja. Aber die haben auch gelbe Klamotten an, ne? Sieht ganz komisch aus, oder? Der Typ hat irgendwas Explosives. Jaja. Er ist tot. Alter. Jäger. Ich hab nämlich keine Granate bei, deswegen muss ich jetzt so schießen. Alter. Auf alle Fälle ist der sehr gepanzert, ne? Alter. Der liegt ja immer noch. Der liegt immer noch. Der liegt immer noch. Was? Der hat... Ach, der hat nen Hammer? Ah, ich hab ihn. Alter. Der hat nen Hammer nur gehabt und wollte mich verprügeln mit seinem Hammer. Also nicht in den Hosen, sondern den anderen verschießt. Das war so ein richtiges Tier, Alter. So eine übelste Maschine. Der sah schon krank aus, der Boy. Da ist ein Köter wieder. Wo ist der Köter? Absturzstelle. Komm her. So, du blöder Hund. Hab den Hund gekillt. Aber ich wollte mal ganz kurz testweise... Da ist irgendwo noch jemand. Da ist irgendwo noch jemand. Ich nehm einfach mal ne AK in die Hand. Das glaub ich fällt einfach... Meinst du, man kann nen Kran hier runterschießen? Ne, schade. Das wär lustig. Das wär ne. Das wär nice. Wenn der jetzt auf nen Kran hier schossen ist und dann... Also oben auf die Halterung, wisst du? Und dann BAM runtergeknallt. Tja, das wär cool gewesen noch. So dele. Sei still. Gut, dann machen wir dieses Kontrollpünktchen noch und dann... Immer langsam. Dann muss ich erstmal auflohnen. Immer langsam. Immer langsam. Ne, 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 ne. Wir müssen nämlich... Doch, wir müssen nämlich nochmal zum Theater. Ach Quatsch. Oh, 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 oh. Was ist denn hier abgestürzt? Oh. Das ist die United State. Das ist die Air Force One. Oh, 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 du. Oh, 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 oh. Ach, was ist denn das denn für Lappen? Das sind hier diese Bogenlappen und so, sind da unterwegs. Die haben sich hier gerade etwas eingemischt, hätten sie lieber die Füße stehen halten sollen, du. So seh ich das. Ah, sie haben schön was los, wa? Oh, hinter dir, Digga. Komm da weg. Hinter mir ist nichts. Doch, doch. Hinter mir ist nicht. Granate kommt. Granate kommt. Quick, quick. Reload. Come on now. Reinforcements. In Kalinierten. Kommt ran. And us. Ey, jetzt schießt die einfach dieses scheiß Ding wieder auf mich. Ja, ja. Schön. Oh Gott. Mann, es gibt's doch gar nicht hier. Verweckt doch mal. Der Anführer? Wo ist der denn? Oha, was ist das denn hier schon wieder? Schon wieder irgendwas heftiges. Ersatzschlagen, Mann. Pass auf da. So, gedrohene. Was ist das denn? Scheiße. Digga, ich hab jetzt. Ich komm jetzt in die erste Notlage, dass ich keine Munition habe. Wie geht das denn? Ja. No money. Äh, no need. So. Erstmal hier auf. Hallo. Ah, kommt erst mal runtergejumped, ja? Echt? Echt? So. Ah, hier oben. Unsere Männer kommen auch. Hier muss eine Kiste sein. Hier muss mal eine Waffe oder sowas sein. Oh, da kommt eine Riesenmenge an. Aber ist ja nicht schlecht gemacht, wa? So mit die Air Force One und so. Das ist schon krass. Ja. Aber ich guck grad, ob man vielleicht irgendwie hier aufs Dach kommt und dass da vielleicht irgendwie eine Waffe ist oder sowas. Aber ich seh jetzt hier gerade keinen Ort, um da hoch... Oh doch, vielleicht hier so so? Nee, schade. Ich dachte, man könnte vielleicht aufs Dach und von da aus irgendwie schießen, aber... Leider nicht anscheinend. Nee. Meine Drohne so übel weit weg am Fliegen. Ah, da sind sie. Ich fand sie da nicht drüber entdeckt, okay. Wo? Ah, da kommen sie schon. Das war ne Granate. Das war ne Granate. Uiuiui. 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 Hier, da ist er wieder. Oh Gott. Und nochmal, pass auf, pass auf. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Ja. Überhaupt nicht. Ja, da hinten was Explosives, da müssen wir drauf zielen. Naja, ich versuch mal rumzulaufen. Jawoll. Meine Drohne regelt wieder. Wie geil. Keine Chance hat der Typ. Hehehe. So gut. Abschlussstelle gesichert. Üเค. Bayou how condemn you. Oh ja. B moisir. Yuseppe Musik. Auf und rein. JD H